Hallo, herzlich willkommen zum ersten Teil Therapie peptischer Erkrankungen. Es wird heute um Antazider, H2-Blocker und die Förderung protektiver Mechanismen gehen. Die Therapie von peptischen Erkrankungen fußt auf drei Säulen. Die Senkung der Salzsäurekonzentration. Ohne Säure kein Ulkus. Die Förderung protektiver Mechanismen und die HP-Eradikation, also die Ausrottung des Helicobacter pylori. Wir werden uns heute mit Antaziden-Verbindungen beschäftigen, mit H2-Blockern und dem Pirenzepin. Dann mit Substanzen, die eine Schutzschicht auf der Schleimhaut aufbauen und dem Misoprostol. Die erste Substanzgruppe, die Antazider. Diese zeigen eine schnelle Wirkung. Sie binden, neutralisieren die Magensäure. Als Beispiel, hier die Gleichung Aluminiumhydroxid reagiert mit der Salzsäure zu Aluminiumchlorid. Dazu kann auch Pepsin gebunden werden und Gallensäuren können gebunden werden. Die Substanzen zeigen eine schnelle Wirkung. Das heißt, sie wirken akut lindernd. Aber sie erzeugen keine Heilung bei Sodbrennen. Das heißt, das Einsatzgebiet in der Selbstmedikation sind seltene, nicht allzu langdauernde, nicht so starke Beschwerden. Die Wirkung bei einem schon vorhandenen Ulkus ist zu schwach und zu kurz. Hier werden heute die Protonenpumpenhemmer bevorzugt. Die H2-Blocker mit Einschränkungen. Die Dosierung der Antazider mehrmals am Tag, bis zu 6 Mal, werden die Antazider eingenommen. In der Regel ca. 2 Stunden nach dem Essen, vor dem Schlafen gehen oder wenn Beschwerden bestehen. In der Selbstmedikation bitte erst ab 12 Jahren einsetzen. Behandlungsdauer am Stück maximal 3 Tage, insgesamt maximal 14 Tage. Dann sollte der Patient zum Arzt gehen. Die Neutralisationskapazität ist wichtig. Sie sollte möglichst zwischen 25 und 50 Millivar liegen. Beim Ulkus wird teilweise sehr viel höher dosiert. Verwünscht ist eine Abpufferung nur auf etwa pH 3,5. Wenn zu stark abgepuffert wird, kommt es zum Acid Rebound. Und den werden wir uns gleich anschauen. Es gibt Tabletten. Diese werden gut zerkaut. Gebissträger müssen vorsichtig sein. Die Partikel könnten sich unter das Gebiss setzen und Druckstellen erzeugen. Oder es gibt Suspensionen. Diese werden gut geschüttelt. Oder wenn es kleine Beutelchen sind, geknetet. Einfrieren ist zu vermeiden, sonst verändert sich die Gelstruktur. Die Verbindungen, die eingesetzt werden, sind entweder Aluminium- oder Magnesiumverbindungen, wie Hydroxide beispielsweise. Das Algeeldraht ist das Aluminiumhydroxid. Ist letztlich ja nichts anderes als Aluminiumoxid. In Phosphalogel ist Aluminiumphosphat. Aluminiumverbindungen können obstipieren, das heißt zur Verstopfung führen. Anders die Magnesiumverbindungen, wie Magnesiumoxid oder Magnesiumhydroxid. Diese können laxieren, abführen. Deshalb werden beide oft kombiniert. Dann heben sich die obstipierende und die laxierende Wirkung in etwa auf. Solche Kombinationen finden wir im Maloxan und im Malox. Ein weiterer Vorteil der Kombination, Magnesiumverbindungen wirken schneller, Aluminiumverbindungen wirken etwas länger. Wichtig, Wechselwirkungen im Auge behalten. Diese sind vielfältig durch pH-Veränderungen, durch Komplexbildung, durch Adsorptionseffekte. Das heißt, es sollten mindestens zwei Stunden Zeitabstand eingehalten werden. Insbesondere zu Eisensalzen, Örasehemmer und Tetrazykline, also zwei Gruppen von antibiotisch wirksamen Verbindungen. Zum Tyroxin und zu den Bisphosphonaten in der Osteoporose-Therapie. Ein bisschen problematisch ist eine länger dauernde Therapie, wenn zusätzlich eine Niereninsuffizienz besteht. Das heißt, wir haben ein Problem mit der Ausscheidung von Substanzen. Das heißt, es könnte hier beim Aluminium, bei Aluminiumverbindungen, eine Enzephalopathie entstehen. Aluminium-Ionen sind potenziell neurotoxisch. Die Resorption wird gesteigert, wenn solche Arzneimittel mit sauren Fruchtsäften eingenommen werden. Durch die Resorption von Magnesium-Ionen und verminderte Ausscheidung kann es zu Muskelschwäche und Schläfrischkeit kommen. Bei Silikaten können silikathaltige Nierensteine entstehen. Deshalb ist es immer gut, möglichst kaum resorbierbare Antrazider zu verwenden. Und das ist der Fall bei den sogenannten Schichtgitter-Antrazider. Das sind Aluminium-Magnesium-Gitterverbindungen, wie das Magaldrat, das Riopan oder das Hydrotalzid, das Talzid. Die Gitter lösen sich pH-abhängig im Sauren auf. Das heißt, das Gitter löst sich so auf, wie es benötigt wird zur Neutralisation. Hier kombinieren sich rascher Wirkungseintritt und lange Wirkungsdauer. Hier als Vergleich einfach mal die Resorptionsquoten bei Magaldrat und beim Algeldrat als Vergleich. Bei Schwangeren wird immer wieder darüber diskutiert, Aluminiumverbindungen ja oder nein. In der Selbstmedikation sollte gelten, keine Aluminiumverbindungen, obwohl nach Embryotox gilt, klinisch bisher keine Hinweise auf Störungen im zentralen Nervensystem oder in der Nierenfunktion des Fetus. Präparate, die in der Schwangerschaft eingesetzt werden können, wären das Gaviscon, werden wir uns gleich anschauen, oder Renni beispielsweise. Beide entwickeln etwas Kohlendioxid. Schauen wir uns nun eine ganz alte Substanz an, Natron, Natriumhydrogencarbonat. Sicherlich als Bulgrysalz oder Kaisernatron bekannt. Hier die Gleichung, Neutralisation, Reaktion mit der Salzsäure. Es entsteht Kohlendioxid und Wasser, also die Kohlensäure. Die Substanz ist billig und in der Werbung findet man altbewährt, wirkt schnell und stark. Natron hat jedoch Nachteile. Eine relativ kurze Wirkung. Die Entwicklung von Kohlendioxid. Es kommt zu Blähungen, zu Meteorismus, zu Flatulenz. Natron reagiert basisch. Wenn zu viel genommen wird, kommt es zum Säure-Rebound. Der Säure-Rebound entsteht entweder durch die Alkalisierung, durch zu viel Natron. Das heißt, Natron wirkt erst wunderbar. Dann schlägt die Wirkung jedoch um. Oder Säure-Rebound ist möglich durch Kohlendioxid, das zur Magendehnung führt. Und durch die Magendehnung wird Gastrin produziert. Und Gastrin führt zur Produktion der Salzsäure. Das heißt, nach einer gewissen Zeit wird der Magen erst recht sauer. Nächster Nachteil. Natron ist resorbierbar. Das gilt sowohl für die Natrium-Ionen, problematisch bei Hypertonie und bei Herzinsuffizienz, als auch für das Natriumhydrogencarbonat. Das reagiert alkalisch. Das heißt, es kann hier zu einer systemischen Alkalose kommen. Renni, hatten wir eben schon erwähnt, enthält auch Karbonate. Diese sind jedoch schwerer löslich als das Natron, reagieren langsamer und zeigen praktisch keinen Säure-Rebound. Die nächste Substanz, das Pirenzepin, ein Parasympatholytikum. Das heißt, es vermindert die Säureproduktion, hat jedoch viele anticholinerge Nebenwirkungen. Wie trockener Mund, wie Miktionsbeschwerden durch Harnverhalt, Verstopfung, Tachycardie, das Herz wird belastet. Sehstörungen. Das heißt, Pirenzepin ist obsolet. Der Einsatz erfolgt teilweise off-label bei übermäßiger Speichelproduktion. Beispielsweise beim Einsatz von Clozapin. Clozapin ist ein Neuroleptikum, ein Antipsychotikum, das als Nebenwirkung starke Speichelproduktion zeigt. Schauen wir uns nun die H2-Blocker an. Die H2-Antihistaminika. Das heißt, diese hemmen kompetitiv die histaminbedingte Stimulation der Belegzellen. Über den Histaminrezeptor 2. Teilweise blockieren sie aber auch Gastrin und Acetylcholin. Die H2-Blocker wirken nicht so effektiv wie die Protonenpumpenhemmer. Sie hemmen die Säure nur zu 50-75%. Die Protonenpumpenhemmer bis zu 90%. Der Grund, Histamin ist nur ein Stimulator für die Belegzelle. Die Substanzen sind heute in der Regel mittel zweiter Wahl. Eingesetzt werden sie teilweise noch zur Stress-Ukos-Prophylaxe. Beispielsweise bei Intensivpatienten bei einer Beatmung über 48 Stunden und beim anaphylaktischen Schock. Hier werden H1- und H2-Blocker eingesetzt. Die H2-Blocker sind immerhin verantwortlich zu etwa 15% der erzeugten Vasodilatation im Schockzustand. Vor Operationen haben sie deshalb positive Effekte. Die Säureproduktion wird reduziert. Das heißt, es wird das Aspirationsrisiko während der Operation und danach reduziert. Und zum anderen, die Substanzen können, wenn es zum anaphylaktischen Schock auf bestimmte Arzneimittel kommen sollte, zusätzlich die Vasodilatation reduzieren. Warum werden die oft oder manchmal den PPIs vorgezogen? Der Grund ist, sie könnten ein geringeres Risiko für Atemwegsinfektionen zeigen. Sowohl PPI als auch H2-Blocker führen zu einer verminderten Säureproduktion im Magen. Das heißt, es ist möglich, dass sich dann Keime besser vermehren im Magen, die letztlich aufsteigen können Richtung Atemwege, Richtung Lunge. Zur Einnahme der H2-Blocker. In der Regel werden H2-Blocker abends vor dem Schlafengehen eingenommen. Sie sollen insbesondere nachts die Säureproduktion senken. Und die Histaminausschüttung ist zwischen 22 und 24 Uhr etwa maximal. Dazu sollen sie, wenn irgendwann der Magen leer ist nachts, den leeren Magen gegen die Säure schützen. Der Wirkungseintritt ist etwa nach einer Stunde und sie wirken für circa nur 4 bis 6 Stunden. Das heißt, beim Zollinger-Ellison-Syndrom, das ist ein Gastrin produzierender Tumor im Pankreas oder im Duodenum, ein Gastrinom. Das Gastrinom führt zur Hypersekretion von Magensäure durch das Gastrin, was vermehrt produziert wird. Um hier eine sinnvolle Reduktion der Säure zu erzielen, ist die Gabe alle 6 Stunden notwendig. Zur Ulcus-Prophylaxe wird oft nur die halbe Dosis wie zur Ulcus-Therapie eingesetzt. Die Wirkung kann jedoch schon nach einigen Tagen nachlassen. Es kommt zur Toleranz. Nach längerer Anwendung sind die Präparate langsam abzusetzen. Sonst kommt es zu einem Acid Rebound, das heißt einer gesteigerten Säureproduktion. Der Grund ist einfach, es ist zu einer gesteigerten Gastrinproduktion gekommen. Und wenn jetzt der H2-Blocker weggenommen wird, führt dieses Gastrin zu einer vermehrten Säureproduktion. Zentrale Nebenwirkungen sind möglich. Schwindel, Müdigkeit, Kopfschmerzen. Dies insbesondere bei älteren Patienten, die oft eine eingeschränkte Nierenfunktion haben. Das heißt, hier kann es vermehrt verstärkt zu Depressionen und zu Verwirrungen kommen. Zwei Wechselwirkungen. Die Alkoholwirkung, die zentrale Wirkung des Alkohols kann verstärkt werden. Und Antazider können die Resorption von H2-Blockern vermindern. Die H2-Blocker haben alle die Endung Tidin. Eine Substanz, die 2019 vom Markt genommen wurde, ist das Ranitidin. Der Grund, hier wurden krebserzeugende Nitrosamine gefunden, die während der Lagerung entstehen können. Schauen wir uns die Substanzen an, die eingesetzt werden. Cimetidin war die erste Substanz, die heute in der Regel obsolet ist, außer in der Schockprophylaxe. Der Grund für die Nachteile ist insbesondere darin zu sehen, dass das Cimetidin sehr viel höher dosiert werden muss als die anderen H2-Blocker. Zwei Punkte sind wichtig. Die antiandrogene Wirkung beim Mann, die zur Gynäkomastie führen kann und zur Impotenz. Das heißt, es kann hier zum Brustwachstum kommen. Bei der Frau kann es zu Zyklusstörungen kommen. Der zweite Punkt, Cimetidin wirkt als Enzym Hämmer. Das heißt, es können andere Arzneistoffe verstärkt werden, beispielsweise das Theophyllin oder Benzodiazepine. Sehr viel besser als Cimetidin, also das Famotidin. Hier haben wir keine Zyp-Wechselwirkungen. Und auch die antiandrogenen Nebenwirkungen des Cimetidins sind hier nicht festzustellen. Nach Arzneimittelverschreibungsverordnung sind feste Zubereitungen bis 10 mg nicht rezeptpflichtig. Ich habe aber kein Präparat zurzeit auf dem Markt gefunden. Die Indikation in der Selbstmedikation ist nur Sodbrennen. Eingesetzt werden kann die Substanz ab dem 16. Lebensjahr für maximal 14 Tage. Wenn die Beschwerden nach 5 Tagen nicht besser werden, ist auf jeden Fall der Arzt aufzusuchen. Es gibt noch zwei andere Substanzen, das Nizatidin und das Roxatidin. Schauen wir uns nun die Arzneimittel an, die protektive Faktoren fördern oder verstärken. Die ersten drei sind Substanzen, die sich schützend über die entzündete Schleimhaut legen und verhindern, dass die aggressive Säure angreifen kann. Erste Substanz ist das Sucralphat, das ist ein Aluminium-Saccharose-Komplex. Warenzeichen ist das Ulkogant. Die Substanz legt sich im Sauren, das ist wichtig, in dem Fall im Sauren, als schützende Paste auf die Schleimhaut. Die Anwendung nicht als Dauermedikation, sondern zur Unterstützung bei gesicherten starken Erosionen im Magenbereich. Wenn beispielsweise ein Magendurchbruch droht. Die Nebenwirkung ergibt sich über das Aluminium. Das ist eine Obstipation, eine Verstopfung. Und wir haben auch Wechselwirkungen des dreiwertigen Aluminiums mit den Tetrazyklinen beispielsweise, mit den Georasehämmern, mit Eisenionen, mit dem Tyroxin und mit den Bisphosphonaten. Nächste Substanz, die Alginsäure oder das Alginat im Gaviscon Dual. Das Präparat hat als eines der wenigen Präparate eine Zulassung in der Schwangerschaft. Die Wirkung, wie beim Sucralphat, es legt sich ein schützendes Gel auf die entzündete Schleimhaut. Dies insbesondere dann auch im Ösophagus. Und dadurch wird Reflux reduziert. Das dritte Präparat ist ein Kombipräparat. Das Zivarel aus Schontroitinsulfat und Hyaluronsäure. Das sind die beiden wirksamen Bestandteile. Diese legen sich als schützende Schicht auf die Schleimhaut. Und sollen so auch die Regeneration der Schleimhaut fördern. Als letzte Substanz schauen wir uns das Misoprostol an. Das ist ein synthetisches Prostaglandin E. In dem Fall ein Derivat von E1, das Zytotec. Wie das Prostaglandin E2 fördert das Misoprostol die Bildung von Schleim. Der Schleim enthält Hydrogencarbonat, reagiert also leicht basisch. Und außerdem vermindert das Prostaglandin die Salzsäureproduktion. Die Anwendung erfolgt zusammen mit NSA, Add-on, wenn der Protonenpumpenhemmer nicht ausreicht. Denn die Wirkung allein ist relativ schwach. Die Nebenwirkungen, nur zwei erwähnt. Das ist zum einen, Misoprostol kann zum Durchfall führen. Und zum anderen, in der Schwangerschaft können Wehen ausgelöst werden. Es kommt zu Uteruskontraktionen. Konsequenterweise gibt es auch ein entsprechendes Präparat, das Angusta, zur Geburtseinleitung. Off-Label wird Misoprostol teilweise benutzt zur Abortauslösung. Es gibt ein Kombipräparat mit dem Diclofenac, das Artotec. In der Werbung ist zu finden ein Rheumamittel mit Magenschutz. Das heißt, Diclofenac als nicht-steroidales Antiflogisticum. Hemmt die Zyklooxygenase. Hemmt damit auch die Synthese der Prostaglandine, des Prostaglandin E2. Es kann zu Magenreizungen kommen. Und deshalb die Kombination, in dem Fall mit dem Misoprostol, dem Prostaglandin E1-Derivat. Das war der erste Teil Therapie heptischer Erkrankungen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.